ja schön den bordstein rüber okay wie ich sagen geht es jetzt ab nach st louis oder dann müssen wir natürlich auch erstmal hinfahren wir machen natürlich keine blitzreise ich glaube wir haben jetzt hier alle ohne das ane das ist ja gar in der klemme hatten wir das gemacht